Ein festliches Ereignis erwartet sie. Ein temperamentvoller Film, voll unstärklicher Melodien, um einen berühmten Abenteurer. Kennst du den? Ja, natürlich. Ein großer Künstler, Schandor, ein Universalgenie. Der Zigeunerbaron. Großartig! Zigeunerbaron! Die moderne Verfilmung der beliebtesten Operette von Johann Strauss. Wir, das kann ich und noch mehr, wenn man's kann und gewährt, ist nicht schwer. Lass mich aufmachen, bitte. Ja? Ich bitte darum. Der Idiader, Lebenszweck. Ist barst du viel, ist schweinschweck. Ist barst du viel und schweinschweck. Ich möchte bloß wissen, woher der das viele Geld hat. Dann geht also diese Schatzsuche wieder los. Aber diesmal jagen wir sie zum Teufel. Vorsicht sie! Hier liegt nun gewissermaßen der Schatz. Hier. Oder da. Die Männer sind so dumm. Manchmal kann man's kaum ertragen. Ich frage mich, warum? Muss man ihnen alles sagen? Angst. Äh, Angst vor Ehe? Sie erleben die ganze Farbenfülle, die temperamentvollen Tänze und Melodien an den Originalschauplätzen in der weiten Pusta unter der Regie von Kurt Wilhelm. Der Zigeuner-Baron. Gut! Ein Film voller Überraschungen. Der Schatz! Mit internationaler Starbesetzung. Ja? Ich werde Sandor von Baring Kai heiraten. Nein! Halt! Wenn ich jemanden nicht liebe, dann würde ich ihn bestimmt nicht heiraten. Man hat euch angeklagt wegen Verstoß gegen Sitte und Moral. Jetzt hast du mich auf eine wundervolle Idee gebracht. Dir werde ich's zeigen. Ah! Nein! Der Sieg ist unser, großartig Hurra! Du tust ja gerade so, als ob du hier was zu sagen hättest. Ein Ausstattungsfilm ohne Beispiel. Ein Erlebnis, das alle Wünsche erfüllt. Unwiderstehlich ist der Zigeuner-Baron 1962. Komm an meine Herrschaft, denn jetzt geht's erst los! Tschadals! Ein Sprung ins Vergnügen. Ein Wirbel der guten Laune. Ein Film nach Ihrem Herzen. Der Zigeuner-Baron erwartet Sie in diesem Theater. Eine Berolina-Kurt-Ulrich-Produktion im Konstantin-Filmverleih. Viele sehen Sie, keine Überroden!